hallo und willkommen auf diesem kanal viele die sich eine handpan kaufen oder kaufen wollen bekommen irgendwann mal mit dass es handpans gibt die auf 432 hertz gestimmt sind oder auf 440 hertz gestimmt sind und ja die einsagen schau zu dass du auch 440 eine bekommst oder schau zu dass du mittlerweile eine auf 432 bekommst also da sind jetzt die meinung zum teil auch gespalten manchmal heißt es ja schau zu dass du einen auf 440 bekommst dann kannst du mit mir spielen also dann macht es vielleicht auch schon noch mal größeren sinn wenn man mit irgendjemandem zusammen spielen möchte muss die handpan auf jedenfalls in derselben den selben kann man tun haben so nennt sich das ganze wie die zweite handpan sonst hört sich wirklich grausam an das heißt wollen mehr als zwei leute miteinander spielen müssen alle auf derselben auf demselben kammer tun abgestimmt sein nämlich zum beispiel entweder 432 hertz oder 440 hertz sonst funktioniert das ganze nicht und eure zuhörer werden weglaufen aber jetzt kommt noch mal eine allgemeine information bei den normalen handpan spielern und spielerinnen kommt es eher ich würde mal sagen selten vor dass man zusammen spielen möchte oder das tut insofern kann man fast am beginn ja sagen ich hoffe ich gehe jetzt nicht so weit dass man sagt ob 432 oder 440 ist für die erste handpan jetzt fast mal wurscht die handpan soll euch gefallen sie soll euch vom ton gefallen sie soll euch gefallen wenn ihr sie spielt und dann würde ich jetzt einfach mal sagen ist ehrlich gesagt egal ob 432 oder 440 hertz aber wie gesagt wollt ihr irgendwann mal mit noch mindestens einem weiteren handpan spieler oder handpan spielerin zusammenspielen wollen müsst ihr fragen was hast du finden welche stimmung kammer ton hat deine handpan 432 oder 440 und wenn das nicht die menschen sind könnt ihr eigentlich nicht zusammen spielen also nicht zur gleichen zeit so und dann ist natürlich die frage ja wie finde ich denn raus ob meine handpan 432 oder 440 megahertz ist da habe ich im netz auch nicht so richtig antworten aber ich hoffe ich kann sie hier liefern ich habe hier eine app für musiker auf meinem ipad es gibt verschiedene apps mittlerweile glaube ich auch schon kostenfrei oder auch die etwas höherwertigeren für 5 um die 5 euro und ja natürlich die apps mit denen die handpan bauer ihre handpan selber stimmen die liegen mehrere hundert euro bereich also die handpan bauer stimmen normalerweise nicht mit fünf euro apps ab also da gibt es für handpan bauer ganz ganz spezielle apps aber zum beispiel ich habe hier eine für fünf euro einmalige gebühr und die erfüllt ihren zweck zu 100 prozent ich hoffe man sieht es hier ich halte immer noch ein bisschen in die kamera rein ich habe jetzt auch 440 herz gestellt und kann hier zum beispiel runter gehen auf 432 weil ich jetzt momentan zum beispiel nicht weiß ist eine 432 oder 440er und spiel einfach mal den ersten ton an und wenn der zeiger hier auf der null ist bis hier in den kleinen grenz bereichen wo die kleinen pfeile sind dann ist der ton rein oder sauber dann ist er im toleranz bereich ist er außerhalb der markierung ist der ton noch nicht sauber so und ich spiel jetzt mal das ding an und sehe dass der zeiger hinten ausschlägt so jetzt könnte es natürlich sein dass die handpan total verstimmt ist ich mach mal als test noch einen zweiten ton und sehe dass der zeiger auch ein bisschen auslegt das heißt jetzt können wir fast zu hundertprozentiger sicherheit sagen oder ich kann das fast zu hundertprozentiger sicherheit sagen das hier ist keine 432 herz handpan sondern wahrscheinlich eine 440 herz gestimmte handpan und den die probe darauf kann ich machen indem ich jetzt zum beispiel hier hoch gehe auf 440 so und spiel die gleichen töne noch mal an und zwar erst mal zum beispiel das ding und dann sehe ich ja der zeiger ist hier auf der mitte und zeigt mir ein c an das hier ist eine annaziska stimmung das heißt ich habe hier auch ein c und dieses c ist sogar annähernd in der null das heißt dieses ding hier ist sauber gestimmt und wenn ich hier an der seite mal den nächsten ton nehme der hält sich auch annähernd in der null auf das heißt für mich jetzt automatisch das ist eine 440er handpan und so kann man das eigentlich schnell rausfinden wie ich finde ohne dass man groß jetzt rätsel raten muss ja das sollte es für jetzt mal sein natürlich kann man noch ins detail gehen ich zeige es nur mal jetzt im kurzen ich kann natürlich auch meine handpan jetzt auch schauen wie nah sind meine töne dran an dem wie die töne eigentlich sein sollen oder wie der handpan bauer sehr eingestellt hat oder wie die töne sein sollen also wir haben es ja ausprobiert hier mit dem ding schaut gut aus und ich kann jetzt hier die einzelnen tonfelder an testen im toleranzbereich im toleranzbereich im toleranzbereich im toleranzbereich im toleranzbereich im toleranzbereich ja also ich bin bei allen tönen annähernd null das heißt hier haben wir eine wirklich tolle handpan vor uns die auch wirklich sauber gestimmt ist in den tonfeldern und da muss ich dazu sagen diese handpan hat schon ein paar monate auf dem buckel und wirklich schon einige stunden gespielt und ich musste diese handpan noch nie nachstimmen obwohl ich schon wirklich ganz ganz viele stunden damit gespielt habe das kommt aber auch in der ich bin jetzt davon weil ich wirklich auf die handpan aufpasse und weil ich schaue dass die handpan killer die ich in meinen ersten videos beschrieben habe wirklich vermeide das heißt ich spiele nicht mit metallischen geschichten ich lasse nicht irgendwelche leute drauf rumhauen ich gucke dass sie mir nicht runter fällt ich gucke dass er nicht im regal ist und dort runter fallen kann ich gucke ja dass ich das was eine handpan schaden würde dass ich das vermeide und dann hat man wirklich lange freude an seinem gerät und kommt nie irgendwie zu den problemen dass man die handpan mal neu stimmen muss oder dass irgendein tonfeld verstimmt ist und ja wenn ihr euch so eine app kauft für 5 euro und ihr wollt euch irgendwo eine handpan kaufen irgendwo leistet so eine app natürlich gute dienste um zu gucken ja taugt das gerät was ist es sauber gestimmt ist es noch in dem toleranz bereich oder hat es den schon verlassen ja das war's erstmal und wie immer könnt ihr den kanal natürlich liken wenn ihr wollt eure kommentare dazu schreiben und ansonsten sage ich ja viel spaß beim handpan spielen tschüss bye bye macht's gut vlog rez fazendo v mu Vielen Dank.